Ja, mein Freund, ich glaube langsam, langsam wird es für dich Zeit zu gehen. Lange Jahre hast du mir treue Dienste erwiesen, doch in letzter Zeit, da kamst du mit den Anforderungen einfach nicht mehr klar. Es war eine schöne Zeit mit dir, doch alles, alles geht irgendwann einmal zu Ende. Und nun, nun endet unser gemeinsamer Weg. Ich werde dafür sorgen, dass du ein schönes Plätzchen bekommst. Ich werde dich nochmal hübsch machen, dir ein bisschen Farbe ins Gesicht zaubern und dann, ja dann wirst du mich leider verlassen müssen. Es war schön mit dir und so sage ich, tschüss und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Leben wieder. Mach's gut, mein Freund. Lebe wohl und tschüss. Mach's gut, mein Freund. 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 jetzt ladies da ist mein neuer ah ihr ahnt gar nicht wie sehr ich auf das teil gewartet habe das ist jetzt locker drei vier wochen her dass ich auf das teil gewartet habe ist allerdings meine schuld ja ich habe einfach anstelle meines ortes zweimal die postleitzahl eingegeben beiden bestellvorgang also kann passieren ich würde sagen jetzt machen wir das teil einfach erstmal aus aufgemacht habe ich schon ich habe auch schon mal reingeguckt ob so im groben die großen teile alle dabei sind ja wie gesagt ich habe lange darauf gewartet und ich bin mega gespannt wie das ding jetzt in nature aussieht also ich würde sagen packen wir es aus und ganz oben drauf liegt hier ja das sind die bänder für den band und teller schleifer und zwar habe ich hier macht das mal auf nicht nur die bänder sind auch die teller also die ok das ist einmal die auflage für also der klett verschluss der nachher auf das auf den teller drauf geklebt werden muss und schon mal eine scheibe was sind sogar mehrere sich gerade sind zwei schreiben das ist einmal 120er und 60er korn so das ist schon mal liegt schon mal mit bei hier liegt noch ein anderer aber das ist ja also das ist 80er korn aber das ist halt der originale sage ich mal der ist zum draufkleben dann habe ich hier auch noch bänder mit bei und so wie ich sehe habe ich hier einmal 60er korn und auch 120er korn mit bei also das finde ich schon mal eine sehr reichhaltige ausstattung muss ich sagen als ich meinen ersten gekauft habe war nichts mit bei außer das eine band was sowieso drauf war der hat allerdings auch 60 euro kostet oder 60 mark waren das damals sogar noch dann haben wir hier so ein radiergummi für die schleifbänder und schleifscheiben dass man die sauber machen kann ja bedienungsanleitung und eine teile liste natürlich dann haben wir hier den winkel anschlag was ist das das ist die rechnung so dann haben wir hier den seitlichen tisch ich glaube das war es dann auch schon fast an den rest komme ich erst dann wenn ich die maschine raus habe ich werde mal die maschine rausheben wenn ich sie raus kriege ok das ist das gute stück und dann haben wir noch dabei natürlich die winkel halterung für den tisch und sagt mit schrauben noch ein anschlag und ich denke mal das ist eine absteckung also damit haben wir es dann glaube ich ja mehr ist nicht drin ich denke dann können wir tatsächlich zum zusammenbauen über gehen würde ich sagen ja auf dem gerät selber ist auch noch ein schleifband oben drauf ich bin mir jetzt nicht ganz sicher welchen welches korn das hat es fühlt sich nach 40er an aber ich komme jetzt gar nicht dran ich müsste praktisch das band abziehen das wird 40er korn sein gehe stark von aus so jetzt wollen wir mal schauen wie das gute stück zusammengefügt wird so dann haben wir diesen winkel hier wir haben hier verschiedene bleche hier haben wir einen anschlag und hier haben wir ja so eine klebeskala für zum einstellen für zum einstellen des tisches ja um den tisch hier ordentlich einstellen zu können wobei ich sagen muss in dem moment wo ich das ding per hand selber aufkleben muss ist es mit der präzision vielleicht nicht ganz so weit her ist aber nicht schlimm weil naja das kann man ja dann die mit dem winkelmesser ordentlich ausrichten insofern weiß ich nicht ob ich das teil überhaupt aufkleben werde dann haben wir hier den tisch und der tisch sieht wirklich gut aus also ich mag das ja so geschliffen ist also der scheint wirklich auch plan zu sein natürlich habe ich das nicht gemessen ich habe da keine lehre drauf gelegt oder sowas aber rein von der optik her sieht es schon mal gut aus so dann haben wir hier noch zwei tüten mit schrauben hier ist auch noch ein im bus schlüssel mit bei sind sogar zwei im bus schlüssel mit bei also ich würde sagen wir bauen das teil jetzt mal zusammen schauen wir mal wie genau das jetzt hier funktioniert dann wollen wir mal schauen was für einen schrauben hier haben ok das ist sehr überschaubar insofern denke ich mal sollte das zusammenbauen tatsächlich zu keinen größeren problem führen so ich habe schon mal geguckt am teller haben wir hier die position für den bügel der bügel kommt so ungefähr hier ran und ich würde sagen da schauen wir jetzt mal die paar schräubchen rein also sind drei müssten wir mindestens dreimal die gleiche haben hier irgendwo eins zwei drei die ich glaube ich zeige euch das nicht alles weil sonst dauert das video ein stündchen denn das dauert ewig bis ich eine schraube drin habe ich spulen einfach mal vor so haben was das teil ist dran angebaut es ist fest und ich muss sagen das ganze stück hier macht wirklich einen sehr soliden eindruck genauso wie übrigens die ganze maschine acht was ich noch dazu sagen wollte das darf ich nicht vergessen die maschine habe ich mir selber gekauft also dies weder gesponsert noch sonst irgendwas die habe ich mir selber zugelegt einfach ja weil ich wollte so das ist besagte kletzscheibe die wird auf den teller drauf geklebt und darauf kann man dann die jeweilige schleif scheibe befestigen und jederzeit austauschen das ist übrigens das was ich richtig cool finde denn an meinem alten band und teller schleifer war das geklebt ja und das war immer eine saurerei die hier zurückgeblieben ist das war einmal eine riesen reinigungsaufwand hinterher und ja so fällt das natürlich weg so das gute stück klebt gleich mal den 60er korn auch auf bappen so ist der teller schon mal fertig vorbereitet nicht wahr und ich würde sagen da können wir auch schon mal die abdeckung hier unten aufbringen also von hier dürfte das kein großes ding sein da haben wir hier so ein so ein stern hat so eine stern schraube dran und das wird hier eingeführt also von der seite ist das keine kunst es sei denn es geht nicht rein warum geht es nicht was ist denn da jetzt nicht richtig ja ich würde es euch gerne zeigen wie ich das wie ich diese stern schraube dort ein drehe aber leider 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 fehlt in dieser bogen das gewinde für diese stern schraube auch wenn ich die eine schraube nicht rein drehen kann hindert mich nicht daran hindert es mich nicht daran den rest zusammen zu schrauben also wenn wir das auch tun da also bauen wir ihn einfach fertig zusammen jetzt haben wir auf beiden seiten praktisch eingehängt jetzt kann ich hier die schrauben ein drehen und hat dann kein problem mit der montage des tellers oder das ja teller wie auch immer ihr das nennen wollte genau so hätte ich das nämlich jetzt vorher festgeschraubt denn hätte ich diesen teller hier nicht mehr drauf bekommen so hängt er drauf so fehlt dann halt von der seite hier so fehlt dann halt von der seite hier nur noch dieses rad hier um den winkel um den tisch hier einzustellen einfach so da gibt es noch dieses blech hier dieses blech kommt normalerweise hier vorne dran das brauche ich wenn ich mal den tisch umbauen möchte und zwar von vom teller zum band hin dann brauche ich diesen ja diesen winkel dieses winkel blech hier da ich den aber definitiv hier lasse und nicht umbauen werde werde ich dieses teil auch nicht anbauen so das kommt hier hin so 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 ihr lieben ich werde jetzt noch schnell das gewinne reinschneiden wenn wir uns gleich zum finalen zusammensetzen noch mal sehen dann werden wir noch mal stückchen schleifen gucken wieso der abtrag ist und wie viel power das gerät hat und ja dann warst das eigentlich auch schon also bis gleich so ich habe jetzt endlich hier das gewinne hinten rein geschnitten geschneidet wollte ich sagen ich habe jetzt hier hinten endlich das gewinne drin dass ich kann den teller hier wirklich hoch und runter bewegen und ihn auch wieder festziehen ja das war ein kleines manko an dem gerät hat mich aber ich will nicht übertreiben aber knappe zehn zwölf minuten gekostet insofern alles gut hätte ich ihn zurückgeschickt hätte es länger gedauert sehr schnell und auch alles 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 ja lieben was ich euch noch nicht gezeigt habe ist dass ich diesen armen ja auch noch nach oben stellen kann das zeige ich euch noch mal ganz kurz das dauert bloß ein paar sekunden wenn ich denn die schraube auf krieg so den kann ich also auch so hoch drehen und wie ich es euch vorhin gesagt habe das eine blech was ich jetzt schon weg gepackt habe das kann ich hier anbauen hier vorne und kann dann diesen tisch mir hier hin bauen insofern habe ich dann die auflage und das band hier vorne insofern gibt dir dieser bandschleifer tatsächlich einige möglichkeiten die der eine oder andere bandschleifer hier nicht bietet aber soll hier kein lobgesang auf diesen bandschleifer werden ich bin einfach nur froh dass es kein fehlkauf ist sondern ja dass er mir das bietet was ich mir auch erhofft habe ja ihr lieben das war's das war meine vorstellung von meinem neuen band und teller schleifer bds 150 von record power ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ihr schaut beim nächsten mal wieder rein das war's für heute bis denn euer sascha macht's gut